Gerhard Balluch ist ein österreichischer Schauspieler, Theaterregisseur und Hörspielsprecher. Leben Gerhard Balluch begann nach dem Besuch des Gymnasiums zunächst ein nicht abgeschlossenes Studium der Theaterwissenschaft und der Germanistik, ließ sich dann aber an der Schauspielschule Kraus in seiner Geburtsstadt künstlerisch ausbilden. Neben zahlreichen Stückverträgen an österreichischen und deutschen Bühnen wie dem Opernhaus Graz, dem Landestheater Innsbruck, dem Wiener Volkstheater, dem Stadttheater Ingolstadt, den städtischen Bühnen Bremen und dem alten Schauspielhaus Stuttgart, hatte er längere Engagements am Burgtheater, am Stadttheater Klagenfurt und am Landestheater Salzburg. 1972 trat Balluch eine Verpflichtung am Schauspielhaus Graz an, dessen Ensemble er bis heute angehört und mit dem er wiederum Gast an vielen europäischen Theatern war, unter anderem am Nationaltheater Belgrad, am Stadttheater Bern, am Hamburger Thalia Theater oder beim Deutschen Theatertreffen in Prag. Daneben wirkte Balluch bei zahlreichen Festspielen und Sommertheatern, so bei den Salzburger Festspielen, den Wiener Festwochen, den Brekenzer Festspielen oder dem Leher Festival Bad Eil. Beruflich bedeutende Rollen sind nach eigenen Angaben unter anderem die Titelrollen im Jedermann von Hugo von Hofmannsthal, in Cyrano von Bergerack von Edmund Rostand und in Richard II. von William Shakespeare, der Astro in Onkelvania von Anton Schecho, der Knieriem aus Johann Nestor ist der Bösegeist Lumpa Zivagabundus oder Professor Higgins in dem Musical My Fair Lady von Friteric Löwe und Alan J. Lerner. Als Regisseur zeichnete Gerhard Balluch unter anderem für Inszenierungen von Stücken wie »Der Mann, der sich nicht traut« von Kurt Flato, »Die kahle Sängerin« von Eugene Ionesco, »Ferdinand Dreimundsverschwender« oder »Der Operette der Graf von Luxemburg« von Franz Leher verantwortlich. Gemeinsam mit seiner Ehefrau betreibt er außerdem die Produktionsgesellschaft Arcadia. Selten war Balluch bislang vor der Kamera tätig. 1970 hatte er einen Gastauftritt in einer Folge der Serie »Der Kurier der Kaiserin«. In den 1980er und 1990er Jahren spielte er in zwei Tatort-Episoden mit. Wesentlich umfangreicher sind Balluchs Arbeiten als Hörspielsprecher in Produktionen des österreichischen Rundfunks seit Mitte der 1960er Jahre. Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler und Sprecher unterrichtet Balluch an der Universität Graz im Fach Sprecherziehung und Stimmschulung. Ferner hatte er Lehraufträge an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz im Bereich dramatische Gestaltung. Gelegentlich gibt Balluch auch privaten Schauspiel- und Sprechunterricht. Filmografie 1970 »Komm nach Wien, ich zeig dir was« 1970 »Der Kurier der Kaiserin, ein freier Holländer« 1972 »Tanz auf dem Regenbogen« 1986 »Tatort, der Schnee vom vergangenen Jahr« 1994 »Tief oben« 1999 »Tatort, nie wieder Opa« 2004 »Die Augen des Coppola« 2006 »Diebe« »Hörspiele« 1964 »Eine Geschichte, die das Leben schrieb« »Autor Wolfgang Altendorf« »Regie« »Gustav Bartelmus« 1965 »Ausgespielt« »Autor« »Viktor Bock« »Regie« »Gustav Bartelmus« 1965 »Die Streiche des Skeppin« »Autor« »Moliere« »Regie« »Herbert Wochens« »Haus ohne Sonntag« »Autor« »Erich Zauner« »Regie« »Gustav Bartelmus« »1966« »Unverhofft« »Autor« »Johannes Treu« »Regie« »Herbert Wochens« »Und Ernst Willner« »1969« »Wer rettet unseren Ackerknecht« »Autor« »Frank Gilroy« »Regie« »Klaus Gmeiner« »1970« »Der Schatten eines Rebellen« »Autor« »Sin Okasai« »Regie« »Werner Schneider« »1973« »Das Lächeln der Apostel« »Autor« »Kurt Heinecke« »Regie« »Rudolf Kauthek« »1973« »Der Verderber« »Autor« »Fritz Mein Gast« »Regie« »Kurt Sterneck« »1974« »Dela Gernheim« »Drei Porträt aus einem alten Familienalbum« »Autor« »Raul Auernheimer« »Regie« »Franz Neubauer« »1974« »Imaginäre Vergangenheit« »Kommerziell verfügbar« »Autor und Regie« »Otto Grünmandel« »1974« »1, 2, 3« »Autor« »Franz Molnar« »Regie« »Walter Zaschke« »1975« »Agathe« »Autor« »Franç Hiesel« »Regie« »Fritz Zecher« »1975« »Wolzeck« »Autor« »Georg Büchner« »Regie« »Fritz Zecher« »1976« »Ich betone, dass ich nicht das Geringste an der Regierung auszusetzen habe« »Autor und Regie« »Harald Sommer« »1976« »Die verwegenen Spiele« »Am Roten Baum« »Autor« »Franç Hiesel« »Regie« »Fritz Zecher« »1977« »In Grönland« »Autor« »Gerhard Roth« »Regie« »Alfred Holzinger« »1978« »Lulu« »Autor« »Frank Wedekind« »Regie« »Klaus-Dieter Kirst« »1979« »Chance« »Autor« »Helmut Zenker« »Regie« »Reinhard Ulrich« »1979« »Das schwedische Zündholz« »Autor« »Anton Tschechos« »Regie« »Rudolf Kautek« »1980« »Warum kann ich nicht vom Troge in die Wahrheit übergehen« »Autor« »Ludwig Harich« »Regie« »Curt-Josef Schildknecht« »1983« »Nördlich der Liebe und Südlich des Hasses« »Autor« »Guntram Vespa« »Regie« »Karl Friedrich« »1983« »Donald Duck in Hollywood« »Oder sind oder waren Sie Mitglied« »Autor« »Wolfgang Pollanz« »Regie« »Karl Friedrich« »1985« »Nietzsche in Goa« »Autor« »Und Regie« »Reinhard P.« »Gruber« »1986« »Hamley« »Autor« »Joachim Perinett« »Regie« »Heinz Hartwig« »1987« »Der betrogene Ehemann oder Hans Wurst« »Autor« »Josef Anton Stranitzky« »Regie« »Heinz Hartwig« »1987« »Ramos Neffe« »Autor« »Denis Diderot« »Regie« »Lukas C. Peck« »1990« »Ein Mitternachtsspiel« »Autoren« »Marleen Haushofer« »Regie« »Heinz Hartwig« »1991« »Begegnung in Semi« »Autor« »Hans Troma« »Regie« »Heinz Hartwig« »1991« »Das pralle Herz der Aeronauten« »Autor« »Wolfgang Maria Sigmund« »Regie« »Heinz Hartwig« »1992« »Zwei Ladies in der Hudson Bar« »Autor« »Helmut Eisendle« »Regie« »Heinz Hartwig« »1992« »Kanzer Abenteuer« »Autor« »Harald Deitelbacher« »Regie« »Heinz Hartwig« »1994« »Über Bord« »Autor« »Rudolf Egger« »Regie« »Heinz Hartwig« »1994« »Lieber schizophren als ganz allein« »Autor« »Joseph Rieser« »Regie« »Christian Pölzel« »1995« »Der König« »Seine Königin« »Autor« »Günter Eichberger« »Regie« »Heinz Hartwig« »1995« »Fünf Uhr Morgens« »Autor« »Friedrich Bestenreiner« »Regie« »Heinz Hartwig« »1996« »Pett und Sarah« »Autor« »Bernard Koster« »Regie« »Peter Lotzschack« »1997« »Bruno« »Autor« »Wolfgang Herrmann« »Regie« »Heinz Hartwig« »1998« »Das Vermächtnis der Maria S. Z. Maragowska« »Autor« »Alfred Kuleritsch« »Regie« »Heinz Hartwig« »1998« »Schröder« »Autorin« »Daniela Egger« »Regie« »Heinz Hartwig« »1998« »Enigme« »Autor« »Erik Emanuel Schmidt« »Regie« »Heinz Hartwig« »1998« »Ein Theater« »Autor« »Laslova Wasowski« »Regie« »Heinz Hartwig« »2000« »www.muses.at« »Autorin« »Daniela Egger« »Wolfgang Herrmann« »Regie« »Heinz Hartwig« »Auszeichnungen« »Silbernes Ehrenzeichen der Stadt Graz« »Goldenes Ehrenzeichen des Landes Steiermark« »Verleihung des Berufstitels Professor« »Verleihung des Titels Kammerschauspieler« »Nosuizen« »Wolfgang Herrmann« »Heinz Hartwig« »Wolfgang Herrmann« »Nosuizen«